So, was haben wir hier gegeben? Einen Kragarm der Länge L. Die Länge L sind 200 cm, durch eine Kraft 0,4 kN belastet wird. Der Querschnitt ist hier aufgezeichnet. Ein Kästchen entspricht also jeweils 1 cm². Gesucht ist Sigma A und Sigma B im Einspannquerschnitt. Der Punkt A befindet sich hier. Der Punkt B befindet sich hier. Dann wird die neutrale Faser gesucht, also die Spannungsnulllinie. Und die Verschiebung am freien Ende, in horizontaler und vertikaler Richtung. Wir fangen an und legen ein Koordinatensystem fest. Ein Koordinatensystem hat immer die X-Achse, das ist die Längsachse vom Balken. Z-Achse nach unten. Y-Achse kommt auf uns zu. Verschiebung in X-Richtung bezeichnet man auch als U. Verschiebung in Y-Richtung bezeichnet man als V. Und Verschiebung in Z-Richtung bezeichnet man als W. Wir gucken jetzt von hier auf den Querschnitt drauf. Die Last greift genau oberhalb vom Schwerpunkt an. Hier ist die Z-Richtung. Hier ist die Y-Richtung. Die X-Achse kommt uns entgegen. So, wir fangen jetzt mit der Lösung an. Das erste sind also die Querschnittswerte. Die sehen so aus. Wir rechnen Ey aus. Das ist das Integral Z² dA. Von dem Rechteck hier haben wir also B h hoch 3 zwölftel. Also 1 mal 6 hoch 3 zwölftel. So, und jetzt haben wir zwei Rechtecke mit 2 mal 1 hoch 3 zwölftel. Das ist jetzt dieses Rechteck hier. Und zweimal den Steineranteil. Die Fläche ist 2. Und der Abstand von hier bis hier sind anscheinend 1,2, 2,5. Das heißt 2,5 Quadrat. Und damit haben wir raus 43,33 cm hoch 4. Ich speichere übrigens immer alles ab und runde nicht. Deswegen stimmen meine Ergebnisse auch genau. Die vom Professor stimmen ungefähr. Die Fehler sind aber so löcherlich, dass man der Praktiker sagt, das ist sowieso das Gleiche. So, das ist das Integral Y² dA. Wir stellen jetzt also auf in der anderen Richtung das Teil. Und das sind dann 6 mal 1 hoch 3 zwölftel. Ist wieder von dem Rechteck hier. Jetzt kommen wieder zweimal die Dreiecke. 1 mal 2 hoch 3 zwölftel. Das ist also wieder das Teil hier. Haben wir zweimal. Und jetzt kommt der Steineranteil davon. Und in der anderen Richtung. Also zweimal, weil ich zwei Rechtecke habe. 2 ist die Fläche. Und jetzt kommt noch der Abstand von hier nach da. Das ist 1 plus 1,5. Das sind 1,5 Quadrat. So, und das geben wir wieder in den Rechner ein. Und bekommen 10,83 cm hoch 4. Hier müssten theoretisch auch noch cm hoch 4 stehen. Die habe ich da ein bisschen geschnubbelt in der Richtung. Da müsste man also jetzt Klammer auf, Klammer zu, cm hoch 4 hinschreiben. So, jetzt wird es interessant. Das Deviationsmoment. Das ist bei mir plus das Integral YZDA. Und man beachtet, dass es hier auch andere Definitionen gibt. Und wenn man die andere Definition berücksichtigt, benutzt, die eben Minus Integral YZDA ist, dann muss man nachher in den Formeln wieder bei IYZ die Vorzeichen rumdrehen. Und dann bleibt alles richtig. Es gibt also in der Literatur sowohl diese Definition als auch die mit dem Minus. Und es gibt dort nicht ein richtig oder falsch. Nur, ich benutze alles mit dieser Definition. Und deswegen sind die Formeln, die ich nachher benutze, auch mit dieser Definition. Und wer die andere Definition benutzt, der muss hinten auch in den Formeln die Ergebnisse ändern. So, das hier ist natürlich eine 0, weil YZ gleich 0 ist. Ich muss also nur den Steineanteil berücksichtigen von dem kleinen Rechteck. Und dann habe ich dort die 1,5 und die 2,5. Und entweder ist das Z-Positiv und das Y-Positiv oder das Z-Positiv und das Y-Positiv. Deswegen kommt noch ein Minus rein. Und dann sind wir bei minus 15 cm hoch 4. So, jetzt wird es interessant. Wir wollen uns jetzt eben überlegen, was wir damit machen. Wir haben also im Prinzip das Nächste. Das sind die Schnittgrößen. In der Einspannung gilt, die Normalkraft ist gleich 0, das MZ ist gleich 0 und das MY ist gleich minus F mal L. Und das sind also minus 0,4 mal 200 und das sind dann gerade gleich minus 80, glaube ich, Kilo Newton Zentimeter. So, das sind die Schnittgrößen. Dann sind wir jetzt drittens bei den Spannungen. Ich halte es also für reine Zeitverschwendung, eine Hauptachsentransformation zu machen. Wer eine Hauptachsentransformation macht, der muss erstens mal eine Hauptachsentransformation machen, um Y', Y'Z' und den Drehwinkel Alpha rauszukriegen. Dann muss er zweitens mal eine Hauptachsentransformation machen, um Y' und MZ' in den gedrehten Achsen rauszukriegen. Und das MZ ist dann nicht mehr 0. Dann muss er drittens mal eine Hauptachsentransformation machen, um Y' von B und Z' von B rauszukriegen. Oder von A. Das heißt, er muss die Koordinaten der Punkte verändern. Und viertens mal, er kriegt eben V und W in den gedrehten Koordinaten raus und darf dann gleich noch die vierte Hauptachsentransformation machen. Und der hat also nicht weniger als vier Hauptachsentransformationen zu machen, bis er die Aufgabe gelöst hat. Und für mich ist das eben eine reine Zeitverschwendung. Das ist natürlich nicht falsch. Ich arbeite deswegen lieber mit den Formeln, die ohne Hauptachsentransformation gehen. Und die kann man auch von der Herleitung viel schneller, das ist vom Verständnis eigentlich auch viel schneller. Ich muss hier in der Vorlesung wesentlich weniger arbeiten. Und wir gucken uns jetzt die Spannungsformel an und überlegen uns, wie die aussieht. Ganz allgemein sieht die Spannungsformel wie folgt aus. Die Spannung ist gerade gleich. Die Normalkraft durch die Fläche plus Z von dem Punkt, den ich ausrechnen will, mal MY mal EZ plus MZ mal EYZ minus Y mal MY EYZ plus MZ mal EY. Und das Ganze wird geteilt durch IYZ minus IYZ Quadrat. In unserem speziellen Falle ist die Normalkraft 0 und das MZ ist 0 und das MZ ist auch 0. Und wir können die Spannungsformel dann wesentlich vereinfachen und können sagen, Die Spannungsformel sieht bei uns jetzt also so aus, dass ich einfach das MY nehme mal Z mal EYZ minus Y mal EYZ dividiert durch EY IZ minus EYZ. Ich habe alles auf die Einheit KiloNewton und Zentimeterquadrat getrimmt. Das heißt, wenn ich das NY und so weiter einsetze, bekomme ich diese Einheit raus. Dann kann ich das nochmal 10 nehmen, das Ergebnis. Dann habe ich die Einheit in Newton pro Millimeterquadrat oder Megapascal. Also ohne die 10 KiloNewton pro Zentimeterquadrat mit der 10 Newton pro Millimeterquadrat oder Megapascal. Und jetzt kann ich eben noch angeben, wie groß das Z von A ist. Das Z von A ist gleich minus 3 Zentimeter. Dann kann ich angeben das Y von A. Das ist minus 0,5 Zentimeter. Das Z von B ist gerade minus 2 Zentimeter. Und das Y von B ist gerade gleich 2,5 Zentimeter. Wir gucken uns das hier also nochmal an. Wir haben erstmal den Punkt A. Wir müssen drei Einheiten nach oben gehen und einen halben in negative Richtung. Und dann gucken wir uns den Punkt B an. Da müssen wir zweieinhalb Einheiten nach rechts gehen. Und dann müssten wir noch zwei Einheiten nach oben gehen. Und das haben wir getan. Das setze ich jetzt also alles hier ein und rechne die Spannung aus und bekomme Sigma A raus. Und für das Sigma A haben wir raus eine Spannung von 130,91. Die in 1 lasse ich mal weg. Vier Stellen reichen nun wirklich aus. Millimeter Quadrat und Sigma B sind dann minus 51,82 Newton pro Millimeter Quadrat. Wie gesagt, alles ohne Rundungsfehler gerechnet. Wer also die Werte abspeichert, kann das mit der Hauptachsentransformation durchführen und muss sämtliche vier Stellen völlig identisch rausbekommen. Sonst ist irgendwo ein Fehler drin. Wer gerundet hat und eben, was weiß ich, 131, 130 oder 129 oder 132 raus hat, der macht sich eben auch keinen raus. Er kann ja auch von der Nulllinie das anderweitig ablesen und das grafisch bestimmen. Also Fehler von 1% sagen wir mal sind ignorierbar. Aber es ist natürlich interessant, wenn man die Werte alle abspeichert, kann man kontrollieren, ob man wirklich alles richtig gemacht hat. Also es ist schon sinnvoll, die Werte so genau anzugeben, weil man damit kleine Fehler aufspüren kann, über die man sich sonst irgendwann mal schwarz ärgert, wenn man sie immer wieder macht. So, jetzt sind wir bei der Nulllinie. Wir setzen also die allgemeine Spannungsformel 0. Dann fällt der Anteil raus. Weil rechts eine 0 steht, kürzt sich der Nenner raus. Dann fällt noch das mz raus. Und ich kann das Ding sofort nach z und y auflösen und bekomme natürlich eine sehr einfache Formel für die Nulllinie raus. Und diese Formel sieht dann wie folgt aus. Einfacher geht es nicht. Also wie gesagt, allgemein mache ich bei der Nulllinie folgendes. Ich setze sigma gleich 0. Und dann bekomme ich, wenn die Normalkraft gleich 0 ist, bekomme ich raus, dass z gerade gleich m y mal i y z plus m z mal i y z dividiert durch m y z plus m z mal i y z ist. Und wenn das m z auch noch 0 ist, dann kommt eben die schönste Nulllinie raus, die man sich denken kann. i y z dividiert durch i z mal y z mal y z. Das brauche ich jetzt nur noch auszurechnen. Und was kommt da raus? Wenn ich das i y durch das i z teile, kommt da raus, minus 1,3846y. Also z ist gleich minus 1,3846y. Wir wollen das gerade nochmal versuchen, so ungefähr auf Plausibilität zu untersuchen und zu gucken, was hier passiert. Ich male den Träger nochmal so ungefähr hin, damit man ungefähr... Also es kommt jetzt nicht darauf an, dass wir den Träger genau haben, sondern es geht darum zu verstehen, was wir haben. Wir haben hier also eine Kraft, die in dieser Richtung wirkt. Diese Kraft wird aufgeteilt in eine relativ große Kraft, die eine sehr kleine Verschiebung bewirkt und eine sehr kleine Kraft, die eine große Verschiebung bewirkt. Die Gesamtverschiebung geht also in dieser Richtung. Senkrecht zur Gesamtverschiebung ist die Nulllinie. Diese Nulllinie können wir jetzt also so konstruieren, dass wir sagen, wenn wir einen Schritt nach da gehen, in y-Richtung, müssen wir 1,3 Schritte in negative z-Richtung marschieren. Das heißt, wir haben eine Nulllinie, die wird noch ein bisschen steiler sein, die wird irgendwo hier vorbeigehen. Das wird also die Nulllinie ungefähr sein. Und dann stellen wir fest, die Last geht nach unten, der Träger wird also in diese Richtung gedrückt. Das heißt, wir haben hier Zug zu erwarten und wir haben hier Druck zu erwarten. Tatsächlich stellen wir an dem Punkt A fest, dass wir eine große Zugspannung haben und an B stellen wir fest, dass wir eine etwas kleinere Druckspannung haben. Man kann das auch sehr schön darstellen, wenn ich diese neutrale Achse jetzt gezeichnet habe. Wie gesagt, sie läuft noch ein bisschen steiler. Dann kann man eben im Prinzip folgendes machen. Man kann jetzt hier die Spannung einzeichnen, hier lineal, parallelen ziehen. So, und hier durch den anderen Punkt. Und dann kann ich sagen, die Spannung hier, die habe ich aufgetragen. Hier ist das Ding 0. Hier ist es andersrum. Und dann kann ich sagen, hier habe ich Plus und hier 100 und 31. Und hier habe ich Minus und hier habe ich 52. Das wäre jetzt also zum Beispiel die Spannungsverteilung so aufgetragen, dass ich sie überall abgreifen kann. Ich könnte natürlich jetzt noch den nächsten Punkt mitnehmen. Dann hätte ich hier wieder die 131. Und ich könnte auch irgendwo wieder suchen, wo die 52 sind. Die wären wieder hier, weil das Ding ja symmetrisch ist. Und ich könnte jetzt beliebig einen Punkt rausgreifen. Mit dem Lineal könnte ich hier sofort grafisch die Spannung ablesen. Ich hätte also in jedem Punkt die Spannung. Und wie gesagt, die 131 Plus oder Minus sind die Maximalspannungen. So, jetzt kommen wir zur Verformung. Dazu müssten wir uns die Differenzialgleichung der Wiegellinie betrachten, wie sie ohne Hauptachsentransformation aussieht. Die sieht eben im Prinzip so aus. W2 gestrichen ist gerade gleich minus Iz mal My minus Iyz mal Mz dividiert durch E mal Iyz minus Iyz Quadrat. Und für den Fall, dass das Mz gleich Mz ist, können wir sagen, das ist Minus Iyz dividiert durch Eyiz minus Iyz Quadrat. Und dann durch das E noch hierbei und dann haben wir My. Wenn ich jetzt I definiere, und zwar I vertikal, als Iyz minus Iyz Quadrat dividiert durch Iz, kann ich auch ein Ergebnis noch angeben, I vertikal sind dann also 22,56 cm hoch 4. Und dann kann ich eben sagen, die Verschiebung in vertikaler Richtung ist F L hoch 3 durch 3 EI. Das EI kann ich auch noch angeben. Das sind dann 46,48 kNm². Ja, und dann kann ich eben die ersten kNm einsetzen, L rechne ich in Metern um und dann bekomme ich das W raus. Und was haben wir da raus? 22,95 cm geht der Träger nach unten. So, und jetzt kommt die Überraschung. Die A-Abweichung nach links ist also größer als die Abweichung nach unten. Also erstmal hatten wir ja schon gesehen, was hier passiert. Wie gesagt, die Kraft wird aufgeteilt. Die große Kraft macht eine kleine Verschiebung, die kleine Kraft macht eine große Verschiebung. Deswegen geht der Träger in der Richtung weg. Und weil die Nulllinie eben steiler als 45 Grad ist, lässt sich übrigens auch ausrechnen, der Winkel. Also 1,38 und davon den Arcus Tangens kann man ja mal eingeben. Inverse Tangens. Wenn ich Glück habe, steht der Rechner auf Degree. Und dann bekomme ich einen Winkel von 54,16 Grad raus. Also dieser Winkel hier sind 54,16 Grad. Der ist also größer als 45. Und das bedeutet, die horizontale Verschiebung ist größer als die vertikale. Jetzt kann ich eben nochmal gucken, wie das mit der anderen 0, also V2' sieht so aus. Das ist Iyz mal My plus Iyz mal Mz dividiert durch E mal der üblichen Klammer, Iyz minus Iyz Quadrat. Und dann kann ich wieder sagen, V ist gleich Fl hoch 3 durch 3EE. Und das ist I horizontal und das ist I vertikal. Und das I horizontal kann ich dann definieren als Iyz minus Iyz Quadrat. Und dann der Fallteil fällt weg, Mz ist 0. Also haben wir hier das Iyz stehen. Und dann bekommen wir raus, I horizontal ist also gerade gleich 16,30 cm hoch 4. Und EI horizontal ist dann 33,57 Kilo Newton Meter Quadrat. Das wäre also EI horizontal. Und wie gesagt, mal Fl hoch 3 durch 3EE, kriege ich die horizontale Verschiebung raus. Und da kommt der Wert 31,77 cm raus. So, damit ist die Aufgabe beendet. Ich fasse also nochmal zusammen, was zu tun ist. Wir fangen an mit den Flächenverschnittswerten. Wir rechnen einfach mit den Formeln wie H hoch 3,12 und Hb hoch 3,12 und dem Satz von Steiner aus Iyz. Und das Iyz ist nichts anderes als Fläche mal Y mal Z, weil das Deviationsmoment von Rechten umsonst 0 ist. Ja, und wenn wir die drei Werte raus haben, haben wir beim Iyz, wie gesagt, noch auf die Definition achten. In allen meinen Formeln diese Definition hier. Wer andere Formeln benutzt, hinten in den Formeln einfach bei Iyz das Vorzeichen rumdrehen. Dann darf man hier auch ein Minus stehen haben. So, und als nächstes untersuchen wir die Schnittgrößen. Im Einspannquerschnitt gilt Normalkraft 0, Mz gleich 0 und ein Biegenmoment haben wir. Ja, das ist das My. Ja, dann rechnen wir die Spannung aus. Allgemeine Spannungsformel. Wir streichen die Normalkraft raus. Wir streichen Mz raus. Erhalten eine vereinfachte Spannungsformel. Wir haben alles auf Kilo Newton pro Zentimeter Quadrat getrimmt. Nehmen das Ergebnis mal 10 und erhalten das Ergebnis mit Newton Millimeter Quadrat. Das nennt man auch Megapaskal und das ist in jeder Tabelle mit der zulässigen Spannung zu vergleichen. Dann sollen wir eben in verschiedenen Punkten die Spannung ausrechnen. Wir suchen uns die Koordinaten von den Punkten raus und rechnen die Spannung aus. Wir setzen dann die große Spannungsformel zu 0. Wenn die Normalkraft rausfällt, können wir das nach Z von Y auflösen. Wenn das Mz rausfällt, wird die Formel total einfach. Und wir bekommen einfach diese Formel. Und das hier ist die Steigung der Nulllinie. Das ist also geradezu löcherlich einfach, denn die Werte muss man ja sowieso ausgerechnet haben. Und dann kriege ich sofort die Steigung der Nulllinie nachgeschmissen. Das Besondere an der Steigung der Nulllinie ist, dass die Nulllinie genau senkrecht zur Verschiebungsrichtung ist. Und dass ich hier also schon sehe, dass der Träger stärker seitlich auslenkt, als nach unten auslenkt. Und auch ganz lustig ist, ich sehe eben, dass er nach links weg geht. Was mir die Anschauung natürlich bestätigt. So, um die Verschiebung auszurechnen, wird die Differenzialgleichung der Biegellinie hingeschrieben. Das Mz zu Null gesetzt. Dann fasse ich das zu einem fiktiven I zusammen, das ich ausrechnen kann. Das multipliziere ich mit 2,06. Dann habe ich das Ei in gleich der richtigen Einheit Kilo Newton Meter Quadrat. Die Umrechnung von Meter Quadrat zu Zentimeter Quadrat frisst die 10 hoch 4. Ja, und dann kann ich eben die horizontale und vertikale Verschiebung ausrechnen. Und wenn ich Lust habe, wende ich nochmal den Pythagoras an und rechne aus dem W und dem V eine Gesamtverschiebung aus. Auch das ist völlig unproblematisch. Ja, und wie gesagt, wer die Hauptachsentransformation anwenden will, kann das tun. Er bekommt die gleichen Ergebnisse raus, aber er muss 4 Hauptachsentransformationen machen. Erstmal muss er für die Querschnittswerte, die alle umrechnen, und dazu den Winkel Alpha bestimmen. Dann muss er die Schnittgrößen umrechnen. Dann muss er die Koordinaten von dem Punkt A und B umrechnen. Und dann bekommt er die horizontale und vertikale Verschiebung eben nur dadurch raus, dass er die in schrägen Richtungen ausrechnet und dann wieder eine Hauptachsentransformation macht. Und er ist also mit 4 Hauptachsentransformationen wirklich gut bedient. Und während ich bei mir MY ungleich 0 ist und MZ gleich 0 ist, hat der mit MY und MZ zu kämpfen. Der ist also wirklich eine ganze Zeit beschäftigt, der hier eine Hauptachsentransformation macht. Das bleibt natürlich richtig und ich habe dieselben Ergebnisse.